hallo meine lieben freunde auf youtube ich nehme euch mal wieder mit und zwar für die nächste welle rocket man habe ich schon aufgestellt und die nächste welle wäre die 35 mit boss schauen wir mal wie das funktioniert und was da so kommt ballisaden sind heile und ich bin gespannt ob ich einschreiten muss unterstützen muss wir sind schon level 75 bis jetzt läuft alles gut ich habe auch wieder vergessen zu trinken das könnte ich mal schnell nachholen so 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 Oh, okay. noch Die Kolizaden nehmen Schaden. Die Kolizaden nehmen Schaden. Aber 20 noch, das sollte ich schaffen. Die Kolizaden nehmen Schaden. Die Kolizaden nehmen Schaden. Die Kolizaden nehmen Schaden. Drei sind noch, davon muss einer der Boss sein. Schauen wir erstmal nach dem Boss. Eine Erschütterung mit 19.000 Linden. Damit gewonnen. Ich habe gebraucht 28 Schuss für die Welle 35. Ganz in Ordnung, finde ich. Jetzt schauen wir mal den Loot an. Das hier ist der Boss. Jawoll, Wolfram Fundament. Da brauche ich noch eine Menge. In Orange. 20 Bücher, sehr schön. Das freut mich. In Lila. Und das brauche ich nicht mehr. Ich brauche jetzt Orange. Sehr schön. Das freut mich. Einmal gestorben, weil ich den Springer nicht gesehen habe. auch in Ordnung. Damit kann ich um. Schauen wir mal, ob hier noch was Lohnwertes bei ist. Die Splitter könnte ich auch alle liegen lassen. Weil ich habe so viele Splitter, wo ich die gar nicht mehr einsammle. Aber wer weiß, was da noch kommt. Und. 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 Vor der nächsten Welle muss ich natürlich die Palisaden, die Holzbarrikaden erneuern. Beziehungsweise reparieren. Sonst brauche ich die Welle gar nicht starten. Die letzte Instanz jetzt. Vor der Spirale ist die Stinger. Wenn was durchkommt, schießt die dann weg. Habt ihr ja in Aktion gesehen. Die paar, die da durch sind. Nichts interessantes dabei. Das war ein Piepmatz. Und hier müssten jetzt die guten Loots kommen. Okay. Alles grün. Eine blaue Wolframmauer. Da könnte ich mit Handel treiben hier. Grüne Wolframmauern. Ich brauche orange. Aber. Noch ein Scharfschützengewehr. Zwar in weiß. Aber unten eine Menge, 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 Menge. Werkzeug. Aber ein orangener Print ist dabei. Vom Fundament. 16 Herstellungsvorgänge. Ich habe jetzt 248% Haltbarkeit. Damit bin ich zufrieden. So. Holzbarrikade. 896 und da 337. Die muss ich definitiv reparieren. So. 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 Mal gucken, ob hier was reingekommen ist. Dann. Ja. Bis hier. Ich glaube mehr dürfte da auch nicht liegen. Nein. Dann schauen wir uns noch den Endloot an. Was es da Schönes gibt. Aber ich bin zufrieden. Erster Versuch. Welle 35. Gleich geklappt. Jawoll. Ach. Stahl. Okay. Stahlfundament. Orange. Und Wolfram Boden. 2x2 in Orange. Kampfhandschuhe bin ich mir nicht sicher. Hier. Muss ich gleich gucken. Ob ich die nicht schon in rot habe. Ja. Ressourcen. Also. In Ordnung. Das nächste wäre die Runde 36. Da nehme ich euch dann wieder mit. Schönen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat. Dann Daumen nach oben da lassen. Über ein Abo würde ich mich freuen. Um den Kanal höher zu bringen. Bis zum nächsten Video. Euer Baloo.